Entfalte deine Talente. Das ist eine der Botschaften von Lakshmi, die Götter in der Fülle. Du hast viele Talente in dir, lass sie entfalten. Nimm dir Zeit, um das, was du kannst, noch besser zu können. Du musst auch deine Säge schärfen, wie es auch heißt. Angenommen, du sägst die ganze Zeit, weil du keine Zeit hast, die Säge zu schärfen, brauchst du letztlich sehr viel mehr. In diesem Sinne, immer wieder arbeite daran, Talente zu entwickeln, Talente zu entfalten, neue Fähigkeiten zu entwickeln, um sie dann mit anderen zu teilen.